Ich habe euch vor ein paar Tagen bei Instagram gefragt, was ihr für Probleme mit eurer Haut habt. Und ich bin heute hier, um euch alle Probleme hoffentlich ein bisschen lösen zu können. Und ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Hi Friends, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir ist es im Moment so ein bisschen wichtig, dass ich über Themen rede, die mich persönlich gerade auch wirklich sehr interessieren, mit denen ich mich viel auseinandersetze. Sei es, weil es einfach mein Hobby ist oder sei es, weil ich mich mit dem Thema auch für zukünftige Produkte von Giacomo und Magiamo Skin auseinandersetze. Und ich möchte heute mit euch so ein bisschen über das Thema Skincare sprechen. Aber nicht Skincare, Skincare, sondern warum sieht eure Haut nicht so aus, wie sie aussehen könnte? Und wie könnt ihr die Probleme lösen, die ihr mit eurer Haut habt? Ich habe euch bei Instagram gefragt, was ihr für Probleme habt. Und das haben unglaublich viele Zuschauerinnen und Zuschauer in dieses Feld reingeschrieben. Und ich wollte einfach mit euch mal so ein bisschen darüber reden. Ich habe einiges recherchiert und ich würde vorschlagen, wir verlieren auch gar keine Zeit und reden über das leidige Thema Haut. Vielleicht kurz zu mir, dass ihr wisst, aus welcher Hautgeschichte ich komme. Ich hatte in meiner Pubertät extrem schlimme Haut. Und ich weiß nicht, ob es Akne war oder ob es pubertätsbedingte Akne war. Ich hatte auf jeden Fall sehr, sehr große, schmerzhafte Pickel im Gesicht. Und habe auch heute noch einige Narben davon, die man durch dieses Licht hier recht selten seht. Wenn ihr mich aber im echten Leben sehen würdet, würdet ihr zum Beispiel sehen, dass ich hier auf meiner Stirn eine sehr, sehr tiefe Narben habe, die aussieht wie eine Pockennarbe. Und ich weiß, dass meine Großmutter mich damals immer zur Kosmetik geschickt hat, um einfach einmal diese Entspannung zu haben. Da kommen wir gleich zu. Aber auch die Ausreinigung zu haben und die professionelle Behandlung von Akne. Mir ist ganz, ganz wichtig, dass ich das einmal am Anfang sage. Ich bin kein Hautarzt, ich bin kein Dermatologe. Ich kann euch nur von meinen Erfahrungen erzählen und ich kann euch das erzählen, was ich so ein bisschen recherchiert habe. Wenn ihr wirklich zu Hautkrankheiten neigt, dann geht bitte unbedingt zum Hautarzt. Mit den grundlegenden Tipps kann man aber schon viel, viel schaffen, um sich auch selbstwohl zu fühlen. Und wir starten auch direkt mit Regel Nummer 1. Ganz klar ist das Thema Skincare. Das ist jetzt hier nicht sortiert nach, das ist am wichtigsten und das ist nicht wichtig. Skincare ist ein wichtiges, wichtiges Thema. Und ich glaube, dass das viele auch immer so ein bisschen unterschätzen. Ihr seid in der Community, in der Beauty-Community natürlich ein Teil und bekommt sehr, sehr viel Skincare mit. Und wisst auch ungefähr mittlerweile schon, das muss man sagen, das hat sich in den letzten 3-4 Jahren wirklich massiv geändert, auch das Bewusstsein zu Inhaltsstoffen und wie wende ich eine Skincare richtig an. Allerdings gibt es so ein paar Regeln, die oder ein paar Produkte, die wirklich viel für eure Haut machen können. Natürlich ist es einmal die Reinigung. Ganz, ganz wichtig. Ich werde es mir nie verzeihen in meiner Jugend, wie viele Nächte ich unabgeschminkt, mit ungewaschenem Gesicht, in ein gammeliges Bettlaken von irgendjemandem, keine Ahnung wer es war, in fremde Kopfkissen gegangen bin nach einer Party auf dem Sofa und mich nicht abgeschminkt habe. Und das hast du am Ende der Party, beziehungsweise am nächsten Tag auch immer gemerkt. Die Reinigung am Abend ist elementar wichtig für den Schlaf. Denn nachts verändert sich natürlich so ein bisschen was mit unserem Kreislauf. Und wenn ihr die Haut nicht befreit, kann die Haut nicht atmen. Und ja, die Haut atmet nicht so wie wir durch Nase und Mund, aber sie tauscht Stoffe aus. Sie gibt Feuchtigkeit ab, sie nimmt Feuchtigkeit auf. Und das ist wie so eine eigene kleine Welt auf der Haut. Wir haben dort Bakterien, wir haben dort Pilze, wir haben dort Viren, die auf der Haut sitzen und die mit der Haut arbeiten. Und wenn ihr euch abends nicht abschminkt, kann die Hautbarriere nicht arbeiten, so wie sie soll. Das Thema Feuchtigkeit wird meiner Meinung nach heutzutage auch zu wenig behandelt. Viele sagen, ja, ich brauche eine Feuchtigkeitscreme. Aber wozu ist die Feuchtigkeit eigentlich wichtig? Natürlich einmal, wenn wir uns die verschiedenen Hautstrukturen anschauen. Wir haben verschiedene Hautschichten. Kosmetik, die wir kaufen in der Drogerie, darf immer nur bis zu einer bestimmten Tiefe gehen. Aber selbst die oberen Hautschichten geben uns das Ergebnis, was wir im Alltag wollen. Also eine feuchtigkeitsgespendete obere Hautschicht. Wenn ihr so zu fahlen Stellen neigt im Gesicht, wenn es so ein bisschen trockene, schuppige Haut ist, ist Feuchtigkeit sehr, sehr wichtig. Einmal natürlich durch den nächsten Punkt. Auf der anderen Seite natürlich aber auch durch Pflege, die ihr auf eure Haut geben könnt. Und wenn wir beim Thema Pflege auch schon sind, habe ich für mich zwei Inhaltsstoffe, die für mich persönlich das meiste gebracht haben in den letzten Jahren. Ich bin jetzt 26, ich werde jetzt 27 Ende des Jahres. Wir haben einmal Vitamin C und Retinol. Vitamin C hat eine antioxidative Wirkung und sorgt dafür, dass die Haut im Allgemeinbild ein bisschen praller wird, ein bisschen aufgehälter wird. Wenn ihr zu Hyperpigmentation neigt, kann Vitamin C euch helfen, die Stellen langsam aufzuhellen. Des Weiteren, und das ist vor allen Dingen bei denjenigen, die Probleme schon haben, so um die 30 herum, wenn die eigene Kollagenbildung nachlässt. Vitamin C kann dafür sorgen, dass die Kollagenbildung angeregt wird und die Haut overall ein bisschen straffer bleibt. Step Nummer 2, den ich auch schmerzlich erst lernen musste, ist das Thema Schlaf. Und das wird meiner Meinung nach immer so ein bisschen unterschätzen. Deswegen freue ich mich auch, dass dieses Video in Zusammenarbeit mit Emma-Matratze entsteht. Ihr wisst es, ich habe euch vor einer Weile gefragt, ob ihr Erfahrungen mit Emma habt. Und ganz, ganz viele waren total begeistert und demnach habe ich mich auf den Weg gemacht, mir für uns hier im Haus zwei Emma-Matratzen bestellt und habe Emma dann gefragt, ob wir vielleicht zusammenarbeiten können. Und Emma hat natürlich zugestimmt. Und mit meinem Rabattcode könnt ihr 5% on top zu allen Sonneangeboten, die es auf der Emma-Webseite gibt, nochmal sparen. Und auf der Webseite sind unglaublich viele tolle Aktionen, wo es sich wirklich lohnt, auch nochmal 5% ein bisschen raufzugeben. Der Code ist 6 Monate lang in Deutschland, Österreich und sogar in der schwarz gültig. Also schaut gerne mal im Anschluss des Videos bei Emma vorbei. Meine Matratze vorher war Jahre, Jahre, Jahre alt. Und ich habe gar nicht wirklich verstanden, wie wichtig eine gute Matratze ist. Ich habe starke Rückenprobleme gehabt und ich kann wirklich sagen, dass es mir wirklich geholfen hat, einen besseren Schlaf zu haben. Ich habe noch nie so gut geschlafen, wie seitdem wir hier im Haus mit den Emma-Matratzen sind, wirklich. Aber ihr habt die Möglichkeit, 100 Nächte lang darauf zu schlafen und sie dann, wenn ihr wollt und nicht zufrieden seid, zurückzugeben. Das Ganze passiert selbstverständlich mit kostenlosen Versand und Abholung. Und ihr habt 10 Jahre Garantie auf den Matratzenkern. Ich zeige euch hier mal, wie das Ganze bei mir aussieht. Ihr könnt sogar den Matratzenbezug waschen. Und das ist das, was mich wirklich davon überzeugt. Die meisten Matratzen, die ihr kauft, sind komplett zugenäht. Und ihr könnt die Matratze nicht reinigen oder den Matratzenbezug nicht reinigen. Und das ist so, so wichtig für eure gute Haut. Die Emma 25 Hybrid Matratze sorgt für wirklich eine schöne Unterstützung des Schlafes. Für eure Haut ist natürlich auch die Schlafposition wichtig. Und das Schöne ist, dass die Emma Matratze eine hervorragende Körperunterstützung hat. Denn sie unterstützt durch punktuelle Federn und schützenden Premium-Schaum wirklich die Stellen, die gestützt werden müssen. Sodass ihr immer in der richtigen Schlafposition seid. Der klimaaktive und softe Bezug sorgt dafür, dass ihr natürlich immer eine gute Durchlüftung der Matratze habt. Und ihr sie auch super, super einfach reinigen könnt. Ohne Witz. Ich habe euch nach einer Empfehlung gefragt. Ihr habt mir Emma Matratze empfohlen. Und dafür bin ich euch wirklich sehr, sehr dankbar. Falls ihr die Emma Matratze noch nicht kennt, dann schaut unbedingt mal vorbei. Der Code Maxim ist ein halbes Jahr in Deutschland, Österreich und in der Schweiz gültig. Seit diesem Upload und ihr könnt damit 5% und top auf alle Aktionen sparen. Die Matratzen lohnen sich wirklich 10 Jahre. Garantie auf den Matratzenkern sind super. Und ich bin echt dankbar, dass ich die Zusammenarbeit auch durch euch machen kann. Also schaut unbedingt einmal bei Emma vorbei. Und wir machen direkt weiter mit dem Thema Schlaf. Denn Schlaf ist so, so wichtig. Wie durch die Emma Matratze die Schlafposition elementar wichtig ist. Wenn ihr vor allen Dingen zu aufgedunsenem Gesicht oder zu verquollenem Gesicht morgens neigt. Das hatte ich früher auch immer. Dann kann es an der falschen Schlafposition liegen. Denn ihr habt immer eine Kompression und eine Spannung auf eurer Haut. Und wenn die Haut sich nicht entspannen kann nachts, dann habt ihr wirklich morgens diese Knitterfältchen. Dermatologen empfehlen, dass man wirklich auf dem Rücken schläft und das Gesicht nach oben gerichtet hält. Ich kann so nicht schlafen. Ich schlafe immer auf dem Bauch. Umso wichtiger ist es aber ein gutes Kissen und vor allen Dingen eine gute Matratze zu haben. Und da könnt ihr gerne mal bei Emma vorbeischauen. Genauso wichtig ist aber auch das Thema Hygiene. Und Hygiene meine ich jetzt nicht mit Händewaschen, sondern ich meine wirklich das Thema Schlafhygiene. Eure Make-Up-Hygiene. Ich persönlich mache es schon seit Jahren, dass ich mindestens, mindestens einmal die Woche meinen Kopfkissenbezug wasche. Denn wenn ich ein Bakterio wäre, ich würde mich da sehr, sehr wohl fühlen. Denn durch euer Hautfett, durch die Creme, durch die Wärme eures Gesichtes in der Nacht acht Stunden ungefähr, haben die Bakterien extrem Zeit zu wachsen. Bakterien und Pilze. Und die sitzen im Kontakt acht Stunden lang auf eurer Haut. Und ich habe es hier immer gesehen, wenn ich es nicht gemacht habe. Als ich jetzt hier in den Keller gezogen bin, als ich positiv war mit meiner Emma-Matratze, habe ich das mit meinem Kopfkissen natürlich nicht gemacht, weil ich zu viel, zu wenig Kraft hatte. Und ich habe es gemerkt, wie viele Unreinheiten ich vor allen Dingen hier auf der Seite kriege, wo ich drauf geschlafen habe. Deswegen wascht bitte einmal die Woche mindestens euren Kopfkissenbezug. Meine Bettwäsche wasche ich mindestens alle zwei Wochen. Je nachdem, wie warm das Wetter natürlich auch war und wie man sich so wohl gefühlt hat. Genauso wichtig ist es, dass ihr bitte eure Tools, also Pinsel und Schwämme regelmäßig reinigt. Vor allen Dingen in den Foundation-Brushes und in diesen Eiern. Freunde, ihr wollt gar nicht wissen, was sich da sammelt. Ihr macht ihn immer wieder feucht. Ihr kommt hier nicht richtig ran, um ihn sauber zu machen. Tauscht bitte nicht nur eure Zahnbürste alle sechs Wochen aus, sondern auch eure Beauty-Tools. Vor allen Dingen die Schwämme, die kontinuierlich mit Feuchtigkeit versehen sind. Es gibt auch so Eihalter, dass sie nicht irgendwo drauf liegen und besser zirkulieren können. Ganz ehrlich, es gibt so tolle, günstige Schwämme mittlerweile auch in der Drogerie oder von uns Creatoren, dass man sie gut und gerne auch mal austauschen kann. Ihr werdet den Unterschied wirklich merken. Das Thema Wasser ist etwas, was mich früher immer wahnsinnig wütend gemacht hat, wenn Celebrities und Promis immer gesagt haben, was machst du für die Haut? Ich trinke nur Wasser. Habe ich mir immer gedacht, Quatsch. Zum Teil ist viel natürlich gemacht. Auf der anderen Seite ist das Thema Wasser aber wirklich wichtig. Wir geben die Feuchtigkeit von außen auf unsere Haut. Es kann aber nur begrenzt Feuchtigkeit von außen in die tieferen Hautschichten einsinken und rein penetrieren. Und durch Feuchtigkeit, durch Trinken wird natürlich der ganze Zellstoffwechsel auch gefördert. Und Toxine können aus euren Zellen gespült werden. Viel wichtiger ist für mich aber der Gedanke, dass das Blut ein bisschen flüssiger wird und besser im Körper zirkulieren kann. Da hilft natürlich auch noch zusätzlich Sport. Aber dadurch werden Giftstoffe schneller aus eurer Haut transportiert und die Zellen wirken allgemein auch viel, 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 viel praller. Ich weiß nicht, im Bio-Unterricht erinnere ich mich, wir hatten so Orangen auseinandergenommen und einzelne Orangenzellen hydriert und dehydriert. Und genau so könnt ihr euch ungefähr eure Hautzellen vorstellen, natürlich nur wesentlich kleiner. Wenn die Feuchtigkeit rausgeht, wirkt das Volumen der Haut natürlich auch viel geringer. Falten wirken viel, viel tiefer. Es entstehen diese typischen Trockenheitsfältchen. Wenn ihr wieder Feuchtigkeit hinzugebt durch Creme und vor allen Dingen durch Flüssigkeit, die ihr zu euch nehmt, werden die Zellen wieder auseinander gedrückt durch die Feuchtigkeit und wirken dadurch viel, viel praller. Tatsächlich haben das sogar Studien belegt. Ich verlinke euch einige Informationen auch nochmal unten in der Infobox. Aber es ist wirklich wichtig, dass ihr viel trinkt. Ich persönlich trinke jeden Tag drei Liter. Ihr könnt euch vorstellen, wie oft ich hier ab und zu mal in den nächsten Raum hüpfen muss. Aber das ist es mir wert, weil ich wirklich den Unterschied sehe, wenn ich zu wenig trinke. Genauso das Thema Ernährung. Und das ist etwas, was mir persönlich immer noch sehr, sehr schwer fällt. Ich bin Gott sei Dank nicht so die klassische Schokoladenmaus. Ich esse nicht so gerne Schokolade. Aber es hat auch eine Studie in Frankreich belegt, wo 25.000 Patientinnen und Patienten getestet wurden, dass Zucker auf eure Haut Auswirkungen hat und vor allen Dingen Schokolade. Das Problem bei Zucker ist folgend, dass euer Insulinspiegel steigt. Und wenn ihr zu viel Zucker im Körper habt und der Insulinspiegel zu sehr steigt, zu schnell, entsteht dann irgendwann die Glykation. Es ist ein ganz verrückter Begriff und rotzenlangweilig. Aber um euch kurz diesen Kreislauf zu erzählen, warum das Problem ist. Durch die Glykation, also wenn zu viel Zucker im Blut ist und das Insulin einfach nicht mehr hinterherkommt, kann es dafür sorgen, dass der Cortisol-Spiegel steigt und Kollagen und Elastin in eurer Haut angegriffen werden, beziehungsweise die Bildung wird reduziert. Und wir bilden ja permanent, den ganzen Tag rund um die Uhr, Kollagen und Elastin. Und ich kenne das von mir selber, wenn man viel snackt zwischendurch im Büro, nenn mal hier ein Gummibärchen, mal da ein Gummibärchen. Der Blutzucker geht immer hoch, das Insulin geht immer wieder hoch und dadurch kommt ihr in diese Glykation. Die Haut kann sich nicht so regenerieren, wie sie soll und das sorgt dafür, dass ihr vor allem Unreinheiten bekommt. Welche Lebensmittel sind sehr, sehr gut? Das ist etwas, was ich probiere mindestens einmal pro Woche alle dieser Lebensmittel zu mir zu nehmen. Ich tausche natürlich immer saisonal so ein bisschen aus, aber Grünkohl ist vor allen Dingen sehr, sehr gut. Schmeckt nicht unbedingt jedem und jeder von euch, aber mir persönlich auch nicht. Aber im Winter funktioniert das ganz gut in Smoothies, denn da ist Vitamin A, C und Zink mit drin. Auch hier haben wir wieder von außen und von innen alle Tipps und Tricks vereinbart. Walnüsse und Haferflocken. Haferflocken haben vor allem Biotin, die kennen wir von früher. Ist wichtig für Haare, Nägel und Haut. Ist es tatsächlich auch und die habt ihr aber schon in Haferflocken mit drin. Und wenn ihr euch dann, weiß ich nicht, Papaya, Walnuss und Haferflocken Bowl am Morgen macht, habt ihr schon wirklich viel für eure Haut gemacht. Omega-3-Fettsäuren sind auch sehr wichtig. Die habt ihr auch in den Walnüssen mit drin, genauso wie in Lachs. Schaut also wirklich, dass ihr, man nennt es heutzutage modernen Superfoods, ihr könnt auch mit einem Apfel viel reißen, bin ich ehrlich. Es muss nicht immer die Goji-Beere oder die Acai-Beere oder die Acai-Bowl sein. Nehmen so ein schönes Porridge und Haferflocken mit Apfel, Walnüssen und vielleicht ein bisschen Orange. Habt ihr genau dasselbe, nur wesentlich günstiger. Und eure Haut wird es euch danken. Und ihr seid natürlich auch noch ein bisschen regionaler dabei. Lifestyle, das ist auch etwas, was in meiner Jugend natürlich ganz dramatisch war. Und das ist so ein bisschen das Problem, was auch viele junge Leute haben, die schon in der Pubertät sind, hormonell bedingte Hautprobleme haben und dann durch ihren Lebensstil natürlich Probleme haben. Alkohol, Nikotin und Schlafentzug. Da sind wir wieder dabei. Durch den Schlafentzug, durch Alkohol und Nikotin, durchs Feiern, dann steigt natürlich auch hier der Cortisol-Spiegel, das Stresshormon, steigt an. Und die Cortisol-Ausschüttung beeinflusst vor allen Dingen die Hyaluronsäure-Bildung. Und die Haut wird dadurch wieder ein bisschen fahler. Sie ist nicht so gut durchfeuchtet, sie ist nicht so prall. Und das ist dieser Teufelskreis, ne? Es gibt nicht die eine Regel, wo ich sage, okay, wenn ihr das macht, habt ihr die schönste Haut. Sondern ihr merkt es, ne? Alles baut so ein bisschen aufeinander auf. Ganz klar, bei Alkohol, auch hier, der Blutzuckerspiegel steigt wieder. Ihr habt Giftstoffe im Körper, die durch eure Leber abtransportiert werden. Denn meistens trinkt man dann zu wenig Wasser. Der Zuckerspiegel geht wieder hoch. Die Cortisol-Bildung und die Verzuckerung und die Glykation gehen weiter. Sehr biologisch, Freunde. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir mal darüber reden. Weil ich finde das immer so doof, wenn ich dann von Leuten höre, so, ah, ich trinke noch Wasser. Nein, es ist so, so viel. Und mir persönlich ganz wichtig, euch das nochmal mit auf den Weg zu geben, ist natürlich auch der Sonnenschutz. Und ich glaube, das nehmen wir, ich schließe mich damit ein, immer noch nicht ernst genug. 365 Tage im Jahr Sonnenschutz. Egal, ob draußen oder drin, benutzt Sonnenschutz. Es ist sehr, sehr schwierig für sich selber den richtigen zu finden. Deswegen bin ich immer ganz froh, wenn meine Kolleginnen und Kollegen euch auch in den Videos verschiedene Sonnenschütze zeigen, die ihr ausprobieren könnt und wir von unseren Erfahrungen so ein bisschen reden können. Ich bin ehrlich, wenn ich hier im Keller bin, trage ich keinen Sonnenschutz. Aber sobald ich weiß, dass ich draußen im oberen Bereich bin, trage ich schon mindestens 30 und sobald ich das Haus verlasse, 50 und appliziert bitte immer nach. Und dann könnt ihr natürlich auch noch viel mit Gesichtsmassagen arbeiten, die die Blutzirkulation anregt. Blutzirkulation sorgt wieder dafür, dass die Haut besser durchblutet wird natürlich und Giftstoffe wieder aus eurer Haut genommen werden. Ihr könnt dafür eure Finger nehmen. Ihr könnt aber auch den Gua Sha von Giacomo Cosmetics nehmen. Ihr könnt zum Sport gehen, 10 Minuten am Tag, um den Blutdruck so ein bisschen hochzukriegen, um die Zirkulation hochzukriegen. Die Zirkungen helfen schon immer sehr, sehr viel. Und wenn ihr alles, ihr müsst es nicht so rigoros verfolgen, aber wenn ihr von jedem ein bisschen macht und genau darauf achtet, wenn ihr unreine Haut habt, verzichtet auf Zucker, sorgt dafür, dass ihr ausreichend schlaft und trinkt. Achtet so ein bisschen auf eure Haut und hört vor allen Dingen auch auf euren Körper, weil man ganz, ganz viel schon ablesen kann, was der Körper braucht. Ich hoffe, es hat euch so ein bisschen gefallen, mal was ganz, ganz trockenes, langweiliges. Ich hoffe, ich konnte das so ein bisschen spannender für euch machen. Aber mir ist es wichtig, dass wir über die Themen reden, die euch interessieren. Und ich bin ganz gespannt, was ihr dazu sagt. Als kleine Erinnerung, hüpft gerne einmal direkt zu Emma rüber. Dort könnt ihr mit meinem Rabattcode Maxim noch 5% auf alle Sonderaktionen, die aktuell auf der Webseite laufen, sparen. Der Code gilt ein halbes Jahr lang in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Ihr habt 100 Tage Probeschlafen auf den Matratzen, kostenloser Lieferung und Abholung. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Schreibt gerne eure Hauttipps in die Kommentare und wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf!